Eine einmalige Chance, die Fledermaus aus dem Weg zu schaffen. Das wird in die Geschichte eingehen. Wie komme ich denn hier am besten rein? Wahrscheinlich durch die Vordertür. Mal probieren. Meine Angriffe werden vom Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Er ist unter uns. Er nutzt die Bodengitter. Dann haltet ihn auf. Jagd ihn hoch. Ich nutze jetzt trotzdem weiter die Bodengitter. So Männer, immer wenn die Fledermaus einen erwischt, werfen wir eine Bündung. Jetzt spring nochmal. Ha! Die wird ein Römer besitzen sich da. Leider Zahl für den hier. Wir richten deiner Frau zum Fallein. Erflich hier! Hier ist noch ein anderer Boden. Halte die Augen offen. Er ist noch hier. Komm mir nicht zu nah, Ben Ben. Ich mach dich fertig. Mit dem Wagen komme ich da nicht rein. Schon wieder Zahl. Das heißt, zwei Kugeln für jeden Kind. Das wird nicht erschrecken. Nehmt die Kohle. Wieder Zahl? Ha, 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 ha. Lass mich mal. Ben Ben. Auf, Freunde. Scheiße, ey. Die tragen gerade das ganze Geld raus, die Wichser. Ich kann nicht gehen, während ihr ein Raumsrand findet. Gehen. Im Wagen komme ich da nicht rein. Gentlemen, die Brotokunde. Im Wagen komme ich da nicht rein. Lohn für die Nacht. Ganz rein. Fünf. Bad, man. Two-Face hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Ich schiefe da unten. Dem Wagen komme ich da nicht rein. Wie viele sind es denn noch? Kommt sofort hier rüber. Er will abhauen. Gebt ihr Deckung. Hey. Was ist denn zu Poli? Mal sehen, was der Problem ist. Das glaub ich an dich. Er reißt uns in Stücke. Ich wollte ihn entdecken. Das versuche ich noch rauszufinden. Tja, aber eil mich. Läuft besser als beim letzten Mal, oder? Oder nicht? Oder doch? Noch vier. Zwei, zwei. Okay. Was ich hier mal lustig fände, wäre... Sind wir alle noch ganz? Was tun? Na, das hat sie immerhin geteilt. Einigermaßen. Okay, was machen die anderen beiden da hinten? Die spielen weiter... Die spielen weiter... Die spielen weiter... Die spielen weiter... Die spielen, die wir fifth. Also zwei... Die spielen weiter. Die spielen wiederum. Das war's. Yisch. Die spielen. Die spielen. Die spielen. Und der ist leicht vor Angst dran. War ich jemals Teil des Plans? Oder war ich nur eine Ablenkung? Sehr schön, als wenn die Jungen die Mafia hatten konnten, während du sie erledigt hast. Letzte Chance. Geh mir aus dem Weg. Oder ich erledige dich persönlich. Und das will ich sehen, wie du mich persönlich erledigst. Jetzt würde ich aber gerne auch sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Will ich das Virus hochladen? Ich weiß es nicht. Dick hier scheint mir... Naja, ich meine, gibt es keine Brücken. Ach, weißt du was? Virus hochladen. Jaja, Schwierigkeiten und Mittel, das kriege ich hin. Noticeberg gesichtet. Mabber Drohne an Schaden erledigen. Rattler getroffen. Vier Spaß mit den eigenen Reihen. Verloren, Sergeant. Verdammt, ich schicke Verstärkung. Haben der Rattler verloren. Dragen zerstört. Rattler offline. So, wie viele sind es denn noch? 13. Ja, das lohnt sich. Ronald Hank festgestellt. Schicke Einheiten zum Abfangen. Hat eine Mamba-Drohne verloren. Trau dich doch. Na komm. Na du traust dich ja was. Eine Drohne jagt andere Drohne. Welche Drohne wird gewinnen? Unsere Drohne hat gewonnen. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Aber ob ich noch so Gas geben kann? Ja, kann ich noch. Drei Bomben sind noch übrig. Ich muss sie entschärfen. Ja, das Problem ist die eine von... Das Problem ist einfach nur, dass eine der Bomben eine ziemliche Arschloch-Bombe ist. Den kriegen wir. Wahrscheinlich werde ich gleich fluchen ohne Ende, weil ich es nicht schaffen werde. Die ersten sieben Mal, aber... Wird schon. Was war das denn? Das ist sie, die größte Bank Gothams. Heute Nacht holen wir uns ein Rekordjum. Warte, warum? Ich gleich zwei für den Boss. Ach, du Schissen. Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Hart zuschlagen. Was ist das erste, was ich mache? Geräuschloses Ausschalten. Das Blöde ist, die sehen mich immer vorher. Noch einmal nach oben, der darf uns nicht... Du hättest uns in Ruhe lassen sollen, alter Freund. Der Schatz! Wir wollten dich verschonen. Aber... Die Münze hat anders. Oh, Rauchbombe oder sowas. Irgendwas geht hier gerade schief. Jetzt mach ihn doch bitte mal alle. Wir haben nicht vergessen, was geschehen ist, Batman. Du hast uns reingelegt, damals vor vielen Jahren. Im Wagen komme ich da nicht rein. Ja, das sieht aber gut aus. So schnell tragen die das Geld gar nicht weg. Ich dachte, das wäre oben die Füllanzeige dafür. Wie viel die gerade schon... Weißt du? Scheiße. Jetzt aber entspannter und etwas besser. Hoffe ich. Die Münze hat immer recht, Batman. Süße hat immer noch die Kratzer, die Catwoman verursacht hat, damals in Arkham City. Warum hat der Riddler... Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zu schlagen. Alles wird gut. Bin der Feicher. Du hättest uns in Ruhe lassen sollen, alter Freund. Wir wollten dich verschonen, aber die Münze hat anders entschieden. So, zwei, drei habe ich schon. Das ist gerade ein bisschen zu langsam alles, aber wird schon. Jetzt hau ihn doch mal kaputt, Junge. Ich kann nicht gehen, während hier ein Raub stattfindet. Ich bin mir dessen bewusst, Junge. Ich bin mir dessen bewusst. So, jetzt aber mal ein bisschen mitbedacht. Ich bin jetzt hinter dem da her. Können Sie sich hinter dem? Hinter dem? Hinter dem? Hinter dem allen? Hinter euch allen bin ich her. Was? Wer sagt, er muss sterben. Das ist Schicksal. Töte ihn. Bester Zeitag überhaupt. Wir haben dich gewarnt, Batman. Du hättest dich fernhalten sollen. Fuck. Mit dem Wagen komme ich da nicht rein. Ich bin doch mal weg mit deinem Wagen. Nein, 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 nein. Puh. Zum Glück haben die mich nicht eingesperrt. Das muss ich mich aber langsam mal beeilen. Die Bank wird immer leerer. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So, fünf noch, ne? Ah, du brauchst... So, da waren es nur noch zwei. In dem Wagen komme ich da nicht rein. Ich weiß, ich will doch nur den Detektivmodus anmachen. Oh, ja. Noch ein Mann am Boden. Er darf uns nicht stoppen. Er ist weg, er hat ihn verloren. Alle Mann, raus! Zahl, du verlierst, Batman. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Bringt uns die Leiche! Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. Okay, meine Frage wäre jetzt nur... Soll ich nur Two-Face ausschalten oder den Rest auch? Ich habe schon wieder acht Rain-Tag-Punkte. Kann ich da vielleicht noch irgendwas Cooles mit anstellen im Moment? Super-Schleuder-Sitzstufe 1, Super-Schleuder-Sitzstufe 2. Aha, besseres Ausweichen. Weltmobil-Waffen. Ja, nee, gerade nicht so. Wir heben uns das mal noch für später auf und widmen uns jetzt dem Moment. Was zum Teufel? Warte, ich hole dich da runter. Warte, ich hole dich da runter. Ich hole mich verarschen. Es gibt noch so ein Ding. Hätte ich mich ja gerade gar nicht so anstrengend brauchen. Wir töten dich für das, was du uns anbringst. Wie schalte ich das ab? Schalt es aus, schalt es aus! Scheiße, was kann ich... Endlich! Was zum Teufel war das? Signal ist der Rücken. Gas, ich soll aufhören! Habe ich gerade Two-Face ausgeschaltet? Was ist mit dir passiert? Ich schieße da runter und sehe, was passiert! Okay, wir haben die zwei Typen da und den Typen da mit der Waffe. Aber hier müssen noch zwei andere. Da sind noch zwei. Okay, wo ist der letzte mit der Waffe? Nein! Nein! Sie haben alle Angst, sie brauchen aber auch nur noch einen Treffer, um mich auszuschalten. Einer noch. Gut. War vielleicht gut, Two-Face als erstes auszuschalten. Zum Teufel mit dir. Ist das also wahr, Bruce? Dann antworte nicht. Wir kennen die Wahrheit. Du bist nicht Bruce Wayne. Jim Gordon und ich haben keinen Deal mit Bruce Wayne geschlossen. Und es ist ganz sicher nicht Bruce Wayne, der jede Nacht auf den Dächern war. Das ist ein wahres Ich. Verstehen dich, Bruce. Es ist nicht das Gesicht, das dir gegeben wird, sondern das, das du dir aussuchst. Ja, wo er recht hat. Er versteht uns. Wir sollten ihn doch nicht einsperren. Wir sollten ihn lieber mit auf unseren Landsitz nehmen. Als besten Kumpel. Hm? Aber erst mal in Übergangshaft. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Ich meine auch nur für diese Nacht. Nimm deine Fledermausgriffe von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Hätte wissen sollen, dass du zuerst hier drin landest, Oswald. Justitia mag keine Schwächlinge. Red weiter, Harf. Ich wisch der anderen Seite das Grinsen vom Gesicht, wenn du nicht aufpasst. Schlagt euch. Oh, die armen Leute mit dem Typen da drin eingesperrt. Soll ich dir das Gesicht etwas gleichmäßiger machen, Herr Anwalt? Nicht brennt so sehr die Ungerechtigkeit. Gut, 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 gut. Ist doch alles wumpi, wumpi heute. Du hast auch noch nichts anderes zu sagen. Okay, okay, okay. Okay. Soll ich dir das letzte Mal mit dir gearbeitet, Herr Anwalt ist dein Plan. Der garantische Ausbau.